Hallihallo der Beuteliger! Willkommen zurück zu Ancestors, Humankind Odyssee. So Leute, ich würde mal sagen, wir vermehren uns noch mal. Und zwar müssen wir hier mal kurz tauschen, das ist doch eine Affendame. Ne? Genau. So, pass auf. Ähm... Geht denn das? Warum geht denn das nicht? Analysieren. Ähm... Wechseln. So, dann sind wir jetzt hier, die Affendame. Jetzt suchen wir uns einen Affenmännchen. Das sieht doch gut aus hier, oder? Du! Ne, das ist weiblich. Jetzt suchen wir uns hier einen Menschen. Und dann haben wir noch mal schön Affenliebe. Analysieren. Und wie Erwachsener hat mit Tee und mit Tum ein Paar gebildet. Okay. Wer ist bestimmt zu alt zum... Greis weiblich. Was haben wir hier noch? Männlich. Greis Single. Ich weiß nicht, ob alte... Ob die auch noch Geschlechtsverkehr haben können. Die ist weiblich. Und sonst ist ja hier keiner mehr. So, wir können sie mal probieren. Pflegen. Okay. Das klappt. Gut. Das war auch daneben. So. Parkgebildet. Gehen wir mal gucken. Erstmal was essen. So. Mal was trinken. Ich glaub, die ist einfach nur müde. Okay. Haben wir gemacht. Dann legen wir uns mal hin. Rufen unseren Partner. Mal sehen, ob's klappt. Ob er noch reif für Geschlechtsverkehr ist. Oder ob er schon zu alt ist. Auch diese Barrikade, die nervt übel. So, da ist er. Warten wir rufen. Ne, das wird er doch paaren. Er kann anscheinend noch. Liegt noch gut im Saft. Der ältere Herr. Achso. Ich hab gar nicht geguckt auf meine Person. Wartet mal. Erwachsener weiblich. Ah, da steht aber nicht. Da steht nicht paarungsbereit. Ah. Alles klar. So, wartet mal. Und das war ne alter. Erwachsener weiblich. Ich hab nicht wie ein Paar gebügelt. Okay, wir wechseln mal. Jetzt sind wir die. Ist die denn? Da steht jetzt nicht, ob die fortpflanzungsfähig ist. Wir probieren's einfach mal. So, hinlegen. Partner rufen. Wer ist denn hier der Partner? Ach, da ist er schon. Paaren. Paaren. Ansonsten. Müssen wir halt unseren. Ne, das scheint nicht zu klappen. Okay. Pass auf, dann nehmen wir halt, äh, doch nochmal die junge Dame. So. So. Und jetzt. Ich möchte dann wechseln. Kanalisieren. Wechseln. Dann müssen wir's halt so machen. Okay. Hinlegen. Kurz die Kinder absetzen. Zack, zack. Partner rufen. Mal sehen, ob's jetzt klappt. Und paaren. Das ist ja schon das Jahr neue Schwangerschaft. Also mit ihr geht's. Dann werden wir's gleich mal gebären. Dann hätten wir ja dann theoretisch ein Kind mehr. Ja, das sind wir doch dann schon bei fünf oder sechs, ne? So. Das überspringen wir mal. Wir kennen das ja schon. Überspringen. Achso. Neues Baby. Okay, wir haben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Aber man muss doch hier ein fünftes sein, oder? Haben wir erst. Vier. Okay, dann paaren wir uns einmal in der nächsten Folge nochmal. Würde sagen, machen wir jetzt in jeder Folge ein Kind. Jetzt sind wir ja schon im Jahr fünf. So, Huckepack. Und. Huckepack. Okay, wir haben zwei Kinder. So, wir nehmen uns Stöcke mit. Und zwar. Nimm mal. Ergreifen. Und die andere Hand. Dann. Ergreifen. Verändern. Achso. Ich hätte erst einen Asten müssen, ne? Aber es scheint auch so zu klappen. Also, angeblich kann man die Schlange auch mit einem Stein töten. Aber mir wurde ja beim letzten Mal gar nicht das Symbol angezeigt, dass ich die töten kann, ne? Und wir machen das jetzt mal so. So, wir rennen jetzt hier ein paar spitze Stöcke her. Nehmen mal zwei spitze Stöcke mit. Und nehmen vor allen Dingen einen Affen mit. Von unserer Suppe. Okay. Das dauert ewig. So. Alles klar. Leg mal kurz den Stein ab. Das dauert immer alles zu lange in dem Spiel. Das ist Wahnsinn. Warte jetzt. Der Stein immer noch. Ablegen, bitte. Hallen lassen. So. Dann gibst du dieser jungen Dame einfach den Stock. Ähm. Okay. Alles. Achso. Hand wechseln. Und jetzt. Heben. So. Aber theoretisch hatte ich doch hier. Hier ist einer. Ergreifen. So. Aber wir brauchen. Da ist der zweite. Alles klar. Hand wechseln. Ne. Natürlich schon mit der falsche Taste. Beutel. So. Jetzt haben wir zwei spitze Stöcke. Und du folgst mir jetzt. Mir folgen. Dann hauen wir uns mal schnell Honig rein. Wegen, äh, Schlangengift, ne. Wird mir jetzt eigentlich noch angezeigt. Dass ich das hier immer noch nicht, äh, analysieren kann, ist komisch, ne. Na ja. Gucken wir gleich mal. Wir holen uns erstmal Honig. Honig ist wichtig. Achso. Mit zwei solchen spitzen Stöcken in der Hand kannst du ja theoretisch. Da müssen wir kurz einen ablegen. So. Huppe rüber. Huppe rüber. Dann leg mal kurz ab. Und dann haut dir mal das Zeug rein. Huppe rüber. Hatt's so gemacht. Da essen wir natürlich gleich noch mehr. So. Dann müsste ja hier unser, unser Dings liegen. Ergreifen. Und eintunken. So. Da sind wir schon mal giftgeschützt. Jetzt ist aber der andere Affe nicht giftgeschützt. Die Frage ist, könnte ich, komm mal her, äh, Gegenstand tauschen. Oh. Genau. Aber jetzt ist es nicht. Okay. Dann machen wir wieder Gegenstand tauschen. Oh. 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 Dann hauen wir uns das jetzt halt rein. So. Dann legen wir das wieder hin. Das bleibt immer ein beliegendes Werkzeug. Das finde ich gut. So. Dann essen wir noch hier was Rotes. Und dann geht's nochmal ab zur Schlange. Dann habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass wenn man steht, ähm, und Dinge analysiert, da bringt es auch viel neuronale Energie. So. Dann haben wir noch das noch rein. Äh. So. Wunderbar. Dann nehmen wir jetzt unseren Stock. Und auf geht's. So. Dann steh mal kurz auf. Äh. Aufrechte Haltung. Ausgereiftes Neuron. Motorik. Haben wir wieder was freigeschalten. So. Wir hören. Fokus. Okay. Haben wir uns eingeprägt. Dann werden wir mal Regen. Wunderbar. Was ist das hier? Alles klar. Aber irgendwie sehe ich gar nicht mehr die Schlange. Warte. Gucken wir mal. Also der eine Affe folgt uns aber noch, oder? Ja. Aber wieso konnten die jetzt hier alle mit... Warte. Na ja. Mir... Mir ist es recht. Je mehr wir sind, desto... Größer ist die Chance, dass wir hier was reißen. Und so ist es blöd, dass das Kind da mit rennt, ne? Okay. Nochmal aufrechte Haltung. Hören. Da unten ist was. Fokus. Ah ja. Da haben wir die Schlange. So. Dann gehen wir jetzt mal runter. Erstmal fallen. Fokus. Einprägen. Gut. Haben wir. Das muss doch jetzt mal klappen. So. Selbstkontrolle. Okay. Wir haben irgendwas. Wissen die jetzt? Da. Okay. Jetzt hat sie mich doch erwischt. Ich muss mal kurz lesen, was da immer steht. Okay. Das hat wieder nicht geklappt. Das ist doch doof. Jetzt habe ich irgendwann meinen Stock fallen lassen. Meinen zweiten. Also ich krieg die Schlange irgendwie nicht platt. Ich weiß nicht warum. Wo ist denn jetzt der zweite Stock? So was doofes. Ergreifen. Was haben wir hier? Inspezieren. Was ist denn das? Neue Nahrung entdeckt. Afrikanische Riesenschnecke. Okay. Die hauen wir uns mal rein. Mal sehen, was die bringt. Okay. Na ja. Dann müssen wir nochmal zum Honigstopf. Hier ist unser zweiter Stock. Ne. Das ist der eine. Wartet mal. Hand wechseln. Wo ist der zweite? Und wo ist die Schlange? Leute, ich verstehe es nicht. Also da steht immer kurzzeitig was. Aber da bin ich immer zu hektisch und kann es nicht lesen. Gehen wir hier mal wieder hoch. Nützt es ja nicht. Und holen wir uns nochmal Honig. Wegen Anti-Gift. Damit diese Sicht aufwirkt. Oh ey, dass der hier mal an den Kanten hängen bleibt. Das ist doch voll nervig. Hier kommen wir nicht hoch. Das ist scheiße. Das ist Affenscheiße ist das hier. Haha. So, okay. Wir kriegen das schon hin mit der Schlange. Irgendwann kriegen wir das schon hin. Also in den Tipps stand, dass ich doch zwei spitze Stöcke nehmen soll. Aber da ging ja jetzt wieder nichts. Da steht immer nur da. Ausweichen. Oh, wartet mal. Ich trinke mich einfach runter, oder? Trinken hilft ja auch gegen Vergiftung. Muss ich jetzt nicht extra da hoch rennen. So, leg mal kurz den Stock ab. Hand wechseln. Äh, fallen lassen. Und jetzt trinken wir hier mal was. Oh, da müssen wir ein bisschen viel trinken. Aber es geht runter. Ist die Hauptsache. So. Jetzt ist es allerdings auch schon wieder nachmittags. viel Zeit haben wir nicht mehr. So. Erledigt. Gut. Dann nehmen wir den Stock wieder. Ne. Was drückst du denn die Wolke? Und einfach den Stock. Dann gucken wir jetzt nochmal zu dieser Schlange. Um auch immer. Ich die jetzt schon wieder nicht sehe. Die war doch aber eigentlich eingeprägt. Oh, was ist denn das dort? Oh, was? Roto-Homoid. Warte mal. Einträgen. Okay. Da gehen wir dort mal hin. Dann lassen wir das mit der Schlange jetzt mal. Oh. Das will ich sehen, wer das ist. Das bringt ja glaube ich auch neuronale Energie, wenn wir die Toten identifizieren. Ach und guckt mal hier. Ähm. Wartet. Seht ihr das? Das sind jetzt irgendwelche langen Strange. Oh. Und hier ist irgendwas. Irgendwas sieht mich hier. Ein Warzenschwein. Das würde ich aber auch gern mal töten. Kriegen wir das denn hin? Okay. Was ist das jetzt? Aha. Jetzt holt sich die Schlange wahrscheinlich das Schwein. Nee, andersrum. Aha. Wie geil ist denn das? Jetzt habe ich irgendwo wieder meinen spitzen Stock fallen lassen. So. Okay. Planmitglied analysieren. Boah. Verstorben vor fünf Jahren. Ähm. Jetzt ganz kurzer Moment. Wir haben unseren Stoff. Wo ist jetzt die Schlange und das Schwein? Also das Schwein hatte jetzt die Schlange platt gemacht. Bündet ihr jetzt quasi... Ich weiß nicht wo es ist. Hier ist das Schwein. Aber die Schlange sehe ich nicht. Ich weiß nicht wo die jetzt liegen soll. Ah, da steht es immer ganz kurz. Attacken ausweichen. Aber dann sieht man es nicht mehr. Jetzt ist schon wieder mein scheiß spitzer Stock weg. Leute. Ich kriege hier noch eine Macke. Was ist der hier irgendwo liegen? Ich will doch mal so irgendein Tier erlegen. Aber wenn der Stock weg ist, ist es doof. Hm. Er ist weg. Leute. Ich sehe ihn nicht mehr. So kriegt man es jedenfalls nicht tot. Ohne spitzen Stock. So ein Ärger. Okay, jetzt ist es auch langsam wieder dunkel. Na gut. Dann gehen wir einmal nach Hause. Dann fertigen wir uns dort noch einen spitzen Stock an. Ich habe natürlich jetzt gebrochene Knochen. Ist weniger gut. Keine Ahnung wo die Schlange ist, die das Schwein gerade erlegt hat. Ist mir alles noch ein bisschen rätselhaft. So. Er sitzt natürlich langsam unterwegs wegen den gebrochenen Knochen. Aber wartet mal. Hier ist so eine. Was ist denn das hier eigentlich? Das auch. Ergreiben. Das war es nicht was wir besuchen. Wir suchen das hier. Da brauchen wir noch mehr rein. So. Irgendwas ist mit meinen Neuronen da unten. Irgendwas geht da gerade ab. Na gut. Na gut. Da war das wieder nicht so sehr erfolgreich heute. Das ist bisschen blöd gelaufen. Was haben wir hier? Was ist das? Ort. Alles nicht... Gott mal. Guck mal. Nee... Was hast denn du in der Hand? Hau dir das rein... Liegt hier unten, ist ein Ei? Ergreifen. Ist doch ein Ei, oder? Inspezieren. So, dann haut ihr das mal noch rein. Okay. Naja. Halt, falscher Knopf. Erstmal nach Hause, ins Bett. Die Evolution angucken. Und dann schauen wir mal weiter. Bin schon wieder am falschen Baum, ne? Hier kommt der doch wieder nicht hoch, der blöde Affe. Haha. Gut. Auch mit dir. Äh. Ist jetzt gerade irgendwie falsch? Ne, wo sind wir hier richtig? Da müssen wir hoch. Sorry Leute, für das hin und her. Aber ich habe einen Überblick verloren. Okay, wir haben es geschafft. So, schnell nach Hause. Ich glaube, wir müssten mal, äh, das Neuron der Nachahmung ein bisschen weiter ausprägen. Weil, äh, ich denke mal, dass dann irgendwann freigeschalten wird, dass die mir, ähm, mehr nachahmen, ne? So, mit. So, mit. Hinlegen. Also, Expedition beenden. Hinlegen. Evolution. Da ist was. Oh Gott, ist das viel. Das hier, was ist denn das? Genetisches Potenzial des Babys. So besitzt, äh, Bo besitzt die Fähigkeit, sich besser einer Gefahr stellen zu können. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn Bo das Erwachsenenalter erreicht. Ah, alles klar. Und hier haben wir noch das andere. Da müssen wir warten, bis die Erwachsenen werden. So, was ist jetzt hier frei? Zack. Neue Fähigkeit erlernt. Orthostase und Sinne. Die Fähigkeit, mit den Sinne Elemente in weiterer Entfernung zu entdecken, ist erworben. Alles klar. So, da haben wir hier noch was. Gleichgewicht sind. Die Fähigkeit, aufrecht zu stehen und einige Meter zu gehen, ist erworben. Na, das ist ja geil. Drücke, leert hast du, um aufrecht zu stehen. Boah, jetzt kommt ja immer mehr, Leute. Guckt euch das an. So, haben wir hier noch irgendwas. Hier unten müssten wir dann mal die ganzen Dinge, die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung, kann noch verbessert werden, wenn die Einschüchterungsfähigkeiten und die Fähigkeit anderer Clan-Mitglieder, um etwas zu bitten, maximiert sind. Okay. Weiteres Training ist nötig. Die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung. Okay, hier haben wir noch was. Das wächst. Also, wir werden immer besser, ne? Neu erlernte Fähigkeit. Tari Psychia. Der Fehlerspielraum während Attacken hat sich erhöht, da mehr Zeit... Was? Der Fehlerspielraum während Attacken hat sich erhöht, da mehr Zeit zur Verfügung steht. Okay. Und hier oben war noch eins. Guck mal, dass noch... Reicht die Energie noch aus? Sieht gut aus, Leute. Sieht gut aus. Neue Fähigkeit, Alarm. Tragefähigkeit. Die Fähigkeit, ein Gegenstand beim Bewegen mit beiden Händen zu tragen, ist erworben. Aha. Halte X in der Nähe eines schweren oder großen Gegenstandes, um ihn mit beiden Händen zu tragen. Aha. Okay, das müssen wir mal probieren. Alles klar, da haben wir das soweit. Dann können wir ja jetzt schlafen. Ähm, genau. Schlaf. Es wird langsam. In dem Spiel geht halt alles ein bisschen langsamer als normal, ne? Finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Das ist mehr zum Entschleunigen. In aller Ruhe. So. Oh, Wasser und Nahrung. Dann aber mal abtrinken und essen. Wartet mal, wir können ja mal auch wieder was Schönes essen. Das verstehe ich nicht. Wir haben ja eigentlich vorhin ein Ei gegessen, ne? So, jetzt haben wir hier keine spitzen Stöcke mehr. Das ist schlecht. Na, dann müssen wir erst mal unseren Grünzeug ernähren. Sonst hätte ich gesagt, wir angeln mal noch ein bisschen. So, hauen wir erst mal das hier rein. Da muss ja auch ein paar Kokosnüsse dann reinhauen. So. Da trinken wir mal was. Aber das reicht alles noch nicht aus. Und essen wir mal noch eine Kokosnüsse. So. Wie war das? Wie nehmt ihr die Kokosnüsse? Dann nehmen wir einen Stein. Hand wechseln, genau. Einen Stein nehmen. Ne, ein Stein. Kein Stock. Mensch. Machen wir nicht immer so Mist. So. Und jetzt verändern. Was hab ich denn da jetzt schon wieder falsch gemacht? Ach, die war glaube ich schon fertig, ne? So. Ne. Leg den mal wieder hin. Nimm dir die Kokosnüsse. Wechsel die Hand. Nimm den Stein. Und nochmal bitte. Jo. Haben wir. So. Heulen lassen. Wie geht das jetzt? Ändern. Hab ich schon wieder vergessen, wie es war. Ah ja. So. Hand wechseln. Hä, kennen wir das noch nicht? Ich dachte, wir kennen das schon. Neue Nahrung entdeckt. Geöffnete Kokosnüsse. Okay, essen. Hau das rein. Ich dachte, wir hätten das schon mal entdeckt. Haben doch schon mal eine Kokosnüsse gegessen, oder nicht? Hab ich das falsch in Erinnerung. Trinkt aber irgendwie nicht so viel. Der grüne Punkt unten fühlt sich gerade nicht so, wie er soll. Hm. Okay. Haben wir gemacht. Jetzt trinken wir nochmal was. Und dann probieren wir in der nächsten Folge nochmal das mit der Schlange. Das kann ja nicht wahr sein. Das ist halt immer so doof, weil man sich so vorbereiten muss. Man muss erst den Honig holen. Dann verliert er ja ständig den spitzen Stock, wenn die Schlange angreift. Das ist alles ein bisschen anstrengend. So, jetzt müsste er doch rein theoretisch genug Nahrung und Wasser haben. Hm. Das fühlt sich aber nicht so, der Punkt. Alles gereiftes Neuronen. Motorik. Also man stand da nicht da. Leertest zu drücken. Und dann läuft er ein paar Meter. Warte mal. Wir gucken nochmal an die Evolution. Hinlegen. Evolution. War es schon wieder was. Wir warten bis mit der Tätigkeit ein Gegenstand. Das müssen wir dann auch mal noch probieren in der nächsten Folge. Ähm. Die Fähigkeit, aufrecht zu stehen und einige Meter zu gehen. Drücke Leertaste, um aufrecht zu stehen. Hm. Habe ich zwar gerade gemacht, aber irgendwie. Dipsiniere ist nicht. So. Dann schalten wir das noch frei zum Abschluss der Folge. Proprözeption. Es kann eine Größe, größere Entfernung auf zwei Beinen zurückgelegt werden. Okay. Jetzt sind wir wieder beim Punkt. Wir probieren das jetzt mal. Hier steht, hier stand ja Leertaste drücken, ne? Aber der geht nicht aufrecht. Drücke Leertaste, aber es passiert nicht. Merkwürdig. Aufrechte Haltung. Ah. Habt ihr es gesehen? Das ist eigentlich geil. So, damit die anderen das auch sehen. Aufrechte Haltung. Geht wieder nicht. Oh, der will mal irgendwas ergreifen. Nervt. Aufrechte Haltung. Guckt euch das an. Cool. Freut mich. Ja, es ist halt alles schön langsam, aber wir kommen vorwärts. Wir haben heute schon wieder übelst viele Neuronen ausgeprägt. So. Wenn es euch gefallen hat, lasst wieder einen Daumen nach oben da. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.